Hier komm ich komischerweise nicht rein, hm. Okay, Chocolina-Time, uhuhu. Ja, wir machen unser Portemonnaie ja schon auf. Wir haben aber jetzt die besten Waffen im Moment, sehr schön. Wow, hier gibt es wirklich sooo viele Sachen. Ah, Monster-Komponenten würde ich mir haben. Guck mal, wieder zwei davon. Mein Viech ist ja wieder super drauf. Mal kurz mein Paradigmen ändern. Ich brauche gar nicht drei Brecher, um ehrlich zu sein gerade. Ich finde Brecher-Verheerer-Verheerer ziemlich genial. Wie würde ich das nennen, wenn wir das so hätten? Sturmkommando, hm. Dann nehmen wir das doch vielleicht, um Schaden zu machen. Und machen Verheerer-Verheerer, um die Kombo hochzukriegen. Aber dreimal Verheerer ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, das ist alles so eine komische Sache immer. Gibt so viele Möglichkeiten. Normal bündeln weiträumig. Ah, das ist cool einzustellen. Habe ich noch gar nie gemacht. Ja, wir lassen das aber lieber so. Können ja immer wieder verschiedene Gruppen-Typen kommen und sowas. Okay. Kaios und Yul sind auf dem Weg zur obersten Etage. Was wollen sie da? Hier ist ein Schatz verborgen. Kann sein. Das ist die richtige Zeit-Line. Und Yul ist hier, um es zu machen. Sie hat bereits gesehen, was uns hier passiert. Genau. Kaios sagte, dass wir die Geschichte verborgen sind. Wir schrauben die Zeit-Line in die Gefühle. Wenn er richtig ist, wir müssen uns zu verhörten. Wenn jemand weiß die Geheimnisse dieser Tower, wird es Kaios. Wenn es bedeutet, dass wir die Paradox-Line verborgen haben, müssen wir mit ihm sprechen. Warum ist sie so hilfsbereit? Aber irgendwie ergibt das Ganze immer wieder keinen Sinn für mich. Komm, ab nach oben. Und ab nach oben. Oh mein Gott. Das ist doch eine Falle. Und dann ist er jetzt verschwunden. Und dann ist doch eine Falle gelockt. Okay, wir brauchen einen Wittschlag. Wow, wir machen viel mehr Schaden als Verheerer. Ich finde, so wie das jetzt ist, Brecher-Verheerer-Verheerer ist wirklich ein guter Allround-Paradigma. Allround-Paradigma. Macht viel Schaden, kloppt den Bonus extrem schnell hoch. Begeistert. Oh, ja. 440. Ja, mein City-Bot. Coole Sache. Was ist das? Was ist das? Das war ein Effekt des Paradox. Du hast gerade gesehen, ein Event, das in diesem Spot stattfindet, 187 Jahre alt. Warte mal. Also, du sagst, die Real Hope und Alyssa wurden gebetet? Ja. Nachdem die Tower wurde eröffnet. Während dem Protofallsee-Projekt, die Artificial Intelligence und die Menschen kam in Konflikt. Die Artificial Intelligence hat sie verletzt? Und noch werkämpft. Super! Jetzt gibt's wieder ins Gesicht. Oh ja, Schaden. Dann werde ich mal wieder aufleveln. Wow, wow, wow. Sarah frisst gerade ordentlich. Ha! Wir haben es doch zerstört. Brecher-Fairer-Fairer ist so gut. Komm, Sarah. Das schaffst du. Nein, 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 nein. Oh, egal. Oh, nochmals bekommen. Der Speed Vertex. Okay. Ich hoffe, die anderen wurden gebetet in dieser Tower. Und dann, nachdem sie murrt, die AI hat den Akademie. Der Falsi wurde gebetet durch eine Artificial Intelligence verletzt. Die Menschen wurden betrachtet und dann wurden sie ausgelöst. Und die Duplikaten waren mechanische Puppets, die gebaut wurden, um zu schützen, was passiert. Ich muss sagen, was Kampfmusik angeht, ist die von FFXIII cool, aber ich weiß nicht, FFXIII fand ich die ein bisschen schicker. Aber die Kampfmusik von FFXIII ist meine absolute Lieblingskampfmusik überhaupt. Lass mich mal wissen, was ihr mir am meisten mögt. Die City-Bots sind echt zu nichts zu gebrauchen. Die stecken nichts weg, teilen nichts aus. Einfach drauf, ja, das war's auch schon. Boah, es gibt auch viele Kristallpunkte. Dann sind wir bald mal oben. Oh, du bist auch schon gesehen. Du hast auch gesehen, die Verkaufsgeschichte gesehen. Die Menschen, die zu viel wissen, müssen sie zu schützen. Oh, du bist. 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 Oh. Oh, du bist. Oh, du bist. Okay. Erinnerst du, was Kaya gesagt hat? In seiner Erinnerung, das nächste, was passiert ist, dass wir sterben. Das ist der Grund, dass er so gemacht hat. Sobald er erinnert, wir sollten uns sterben.